Musik 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 Thank you Ich schau mal das Eis dafür weg Musik Die Blumen sind mir grad echt wichtiger als Eis Ähm Hmhm Frank Thanks for the protection Oh, 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 hab ich nicht hoffe Scheiß auf die Spitzhacke Nein Mitnehmen Lass mir die Blau noch Musik Hier ein Essen Und das Ding auf jeden Fall mitnehmen Nehmen wir auf jeden Fall Racer mal hier liegen Brauchen wir grade eh nicht mehr, wir haben genug Geraisert Oh, 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 oh Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen Essen Blume Blume Jetzt, ach, ich esse ständig wie diese Blumendinge auf und jetzt haben wir gleich keinen Helm mehr Ist vielleicht doch nicht so die glug Idee gewesen Die glug Idee Glu Guck was hier ist Komm schon, lass die Blumenwiese hier sein Ja super Tolle Blumenwiese Wirklich tolle Blumenwiese, mein Herr Wirklich tolle Blumenwiese Scheiße, Alter, wir gehen kaputt Das, das kann nicht sein, wir gehen echt jetzt an den Ding kaputt Das kann nicht sein Das kann nicht sein Wir verlieren echt Wir sind für den Verstand grade Wir können nichts dagegen tun Jep Ich weiß nicht was ich tun soll Ich weiß echt nicht was ich tun soll Naja Ähm Gut, das ist wahrscheinlich unsere einzigste Hoffnung noch dass wir da jetzt noch Blumen finden Bumm, 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 Bumm. zu benutzen kommen schon blumen okay Okay, Blumen. Sehr schön. Blumen. Okay, okay, okay. Blumen. Blumen. Scheiße, ich hab' zusammen. Blumen, ich brauch' Blumen! Wenn jetzt Nacht wird, wir verrecken so hart. Wir werden einfach nur sterben, wenn jetzt Nacht wird. Wir werden einfach nur sterben. So, das Ding da. Blumen. Blumen, 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 ganz viele Blumen. Ne, dann müssen wir aber draußen was essen, komm schon, iss einfach, so, in die Büsche mitnehmen. Ein bisschen Zeit haben wir noch, ein bisschen Zeit haben wir noch, okay, wir müssen auf jeden Fall mehr Blumen finden, wir haben echt übel zu tun mit Insanity momentan, das ist richtig krass, wie schnell wir hier unser Gehirn verlieren, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass wir im Sommer gestattet haben, ich kann es euch nicht sagen, vielleicht waren die Tage wirklich zu lang, die Nächte waren wirklich zu kurz für uns, die Nächte zu lang und die Tage zu kurz, ich glaube, ne, nicht die Wiese verlassen, Oh, viele Blumen, viele Blumen. Blumen, 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 Die waren wir auf jeden Fall auch schon mal. Was anderes aus dem Essen bleibt mir grad eh nicht übrig. Feuer machen können wir. Hier mache ich ein Feuer. Blumen. 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 Bluuuun. Blumen. 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 wenn wir das machen, aber irgendwie nicht. Ist aber auch egal. So. Oh mein Gott. Die Kleinen zu überhacken ist vielleicht nicht so eine Legende, aber stört mich gerade echt wenig. Wir haben auf jeden Fall endlich unseren Sanity wieder aufgeholt. Wenn ich ganz nah am Feuer stehen bleib, geht das da ganz langsam? Ne, nicht wirklich hier. Na gut. Mal kurz ein bisschen Puff reinfügen hier und... Boah, Alter, ey. Ich guck grad mal. Sleep Darts. Ein paar Blumen würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Die Frage ist, wo finde ich noch welche? Na komm schon, Blumen. Ach, hier war das mit den Killerbienen, gell? Na? So. Die sind weg. Hier waren vorhin die Killerbienen, aber die sind weg. Guck mal, ob ich das vielleicht für irgendwas einsetzen könnte. Ich trock mal den Spaß da. Dann nehme ich mal die Blumen mal mit. Das ist einfach im Grunde. Oh, okay. Ich glaub, es gibt vielleicht eine Menge Bienenstarre für mich. Ähm... Drop für... 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 Drop ich mal für das Holz hier. Also. Alter. Dinger. Das wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen, dann haue ich sogar den Dienstweg dafür. Glaub ich, ist das weg. Boah. Boah, nicht auf mich, Leute. Ich kann nur noch das Fleisch haben. Das war's mir wert. Was ist das ja eigentlich? Pick up honey. Honey, honey, honey. Das war's mir bloß in Ruhe. Boah, das sind viele. Na gut, ich geh erst mal weg. Komm wohl, komm mal mit. Komm mal mit. Ich bin so selten dämlich. Ich geh da mal nach Hause. Ich geh dann mal nach Hause. Stopp doch einfach! Aha! Okay, jetzt hab ich... Alter, ich hab zwölfmal Fleisch. Nicht essen! Kochen! Supergeil! Supergeil, supergeil, supergeil. So, hier ist eine Möhre im Wasser. Okay. Okay, hier muss ich lang. Dann haben wir den Baumann schon. Hier, ich kann dich nicht leiden, ne? Also, du. Okay, das ist gut gelaufen. Das ist echt gut gelaufen. Wir haben mega viel Nahrung. Wir haben alles komplett aufgefrischt. Äh, Ive Flower. Herzliches Dreckszeug. Gut, dann ist die halt auch kaputt. Neh, ich halt ne Schaufel. THC Zoroki zockt 4 online. Ja, viel Spaß dabei. So. Ach, Mollwürfel sind hier alles klar. So. Okay, ich bin richtig. Und den Spaß, wir müssen... Ich muss trotzdem nicht benutzen. So, jetzt geht's ein bisschen schneller weg den Weg hier. Und dann sind wir einfach bald im Winter. Ohne Mist. Wir sind bald im Winter. Wir haben noch nichts geschafft. Ich dachte, wir schaffen es nicht mal schneller. Aber irgendwie... ...hat es trotzdem wieder nicht geklappt. Kam aber auch eine Menge dazwischen. Die Hunde, der Baum... ...die ständige Insanity... ...warum zur Hölle... Achso, okay. Der war nur mal ganz kurz auf Abwägen. Der war anscheinend nicht böse. Na gut, darf auch mal sein. Ich habe ja nichts dagegen, wenn er nur rumläuft. Da bin ich sogar ein Freund von. Ich habe gerne eine nette Gesellschaft. Wie gesagt, solange er nur herumläuft. Wenn es dann daran geht, dass er... ...ehm, anfängt mich an dasakieren, dann ist das ein bisschen. So, sehr schön. Ähm, nehme ich meinen Rucksack mit. Sehr schön, da kann ich nämlich das da reintun. Und dann pflanze ich den Spaß hier mal an. Habe ich eventuell in ganz aus Versehen die Regenwahrscheinlichkeit hochgeschraubt? Es scheint fast so. Mö, es wird ziemlich dunkel. Ähm. Oh, da ist ja noch ein bisschen Zombiefleisch, nehme ich mit. So, leider habe ich momentan... Oh, ist fast verdorben. Esse ich gleich mal. So. Jetzt tue ich mal hier rein, und zwar habe ich jetzt, fühle ich jetzt immer den ganzen Koppels rein, was uns zur Nahrung verhilft. Und jetzt kann ich hier drüben, nehme ich mal die Büsche anpflanzen. Und dann haben wir endlich Bärenbüsche. Wir hatten die ganze Zeit keine Bärenbüsche, das war das Problem. Wir haben keine Nahrung gehabt durch die Bärenbüsche. Dann haben wir immer sofort Bärenbüsche gefunden, schräg schräg mitgenommen, was ich diesmal vergessen hatte. Schräg schräg nicht gefunden hat er. Wer weiß. Wer kann das schon sagen. Ich weiß nur, dass ich hier auf jeden Fall durch den stetigen Regen mega Insanity-Probleme habe. Kann ich? Kann ich nicht. So, jetzt habe ich noch vier Stück hiervon, das heißt... Ich glaube, der ist immer nur ein bisschen verärgert, weil keine Bäume mehr da sind. Ich glaube, ich werde dafür sorgen, dass der ein bisschen mehr Ruhe findet. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Ich brauche das Holz ja leider. Ich kann nicht ohne Holz, deswegen muss ich leider... ...seine...seine Freunde abholzen. Es sei denn, er macht mit einem Deal. Das ist ja natürlich eine Option. Ach, komm schon. Habe ich echt gegessen jetzt? Er sei denn, er macht mit einem Deal, wo er mir sagt, okay, ja, du kriegst hier das und das. Und dafür lässt du meine Holzlinge in Ruhe. Das muss natürlich irgendwie auch Holz sein, aber... Ja, ne? Wie soll das gehen? Ich kann was Neues machen. Be one, du bist du. Na gut. Das war so ein... Wenn wir jetzt hier Dinger sammeln, plus die Beeren, die wir ab und zu bekommen, sollte man eigentlich doch recht schnell hochkommen. Jetzt für den Winter, wir sollten also wieder noch eine gute Standorte schaffen können. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwo... ...dass wir dann in Blumen, nämlich mit... So. Soll ich gucken? Da haben wir zum Beispiel zwei Bäume, die hoffentlich nicht in der Nähe von dem Typen jetzt sind. Wo steht er? Da hinten. Theoretisch sollte er es nicht mitbekommen. Ich hoffe es einfach mal. Moment, das ist der, bevor der Punkt wieder mitnimmt. Waren wir schon klar, dass der gleich kommt. Dann hacke ich nämlich die beiden Bäume hier schnell ab. Und hau... Oh, noch mal die Baumstämme raus. Ich weiß nicht, ob das... Ähm... Günther, komm mal her. Guck mal hier. Ich glaube, es hat ihn glücklich gemacht. Ich hoffe, dass ihn das jetzt nicht unglücklich macht. Das scheint ihn nicht zu verärgern. Oh. Das heißt, rausholen darf ich die Bäume ohne, dass er aggro wird. Gepflanzt habe ich wieder ein paar. Sollte also jetzt... Erstmal beruhigt sein, daher. Welle baue ich diesmal nicht, weil hat irgendwie keinen Sinn, die Welle. Weil warum auch immer ich... ...die Welle bauen sollte. Ich verstehe nicht ganz den Sinn von den Wellen. Weil Türen gibt es nicht. Das heißt, die halten die Wicher eh nicht draußen. Ja. Tada. Ich habe Welle gebaut. Hey. Wof oder Eis? Natürlich nicht. Die armen kleine Bisons lassen wir in Ruhe. In die Ruhe lassen wir die... Tchahaha. So. Blend. 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 Ah, da ist schon was. Ähm... Puf. So. Kann ich dem eventuell... Dann halt nicht. Dann machen wir hier mal ein bisschen wieder Puf. Böp. Das reicht sogar genau für die letzten vier. Ferry nice. Puf this. Can't puf this. So, dann fangen wir an den Speise abzuhernten. Und dann haben wir geglaubt, boah, wie viel wir denn haben werden. Ui jei jei, das wird ne Menge werden. Wie viele Stöcke haben wir da momentan? Wir haben momentan 23. Wir könnten uns anscheinend doch ein paar Welle bauen. Das heißt ein paar, wir könnten uns riesen Anzahl von Wellen bauen. Ich verstehe nicht, warum die Insensiv so hart ist mit uns. Und warum wir so viel verlieren davon und nicht so viel zurückbekommen in dem Spiel. Ich raff's nicht ganz. Wir haben es echt noch vor der Dunkelheit geschafft, das ist sehr gut. So. Können wir denn momentan irgendwie... Ne, mehr brauchen wir auch glaube ich nicht, mehr hat 5 Farben. Das reicht eigentlich vollkommen momentan. Ich würde doch schon interessieren, ob ich mir hier... Struktuos... Ach so, wo steht ich hier her? Hembert, Spear, Lock Suite, Football Helm, Marble Suite, Sleepy Darts, Fire Darts... Ich suche ja irgendwas... Survival, Piggyback... Carries a lot, but slows you down... Strawroll, Sleep, Talk, The Night... Jetzt habe ich die gute Idee mit dem durch die Nacht schlafen. Alles klar, bitte weg. Alles klar, pensa mal. Alles klar, nein. Alles klar, nein. AHA! Hein? Kannst du ja nicht so schlafen...